BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. SPD-Fraktion-Chef Klaus Schmiedl hat dem NBW-Chef Hans-Peter Villis mit dem Rausschmiss gedroht. Sollte dieser weiterhin mangelnden Willen zur geplanten Energiewende zeigen, müsse er mit drastischen Konsequenzen rechnen. Die NBW müsse ihre Strategie radikal ändern. Laut Schmiedl sei das Atomzeitalter vorbei. Bereits jetzt wendeten sich Kommunen und Stadtwerke vom Energiebetreiber ab. Grün-Rot werde sich schon bald mit dem anderen Hauptaktionär OEW zusammensetzen und Villis klare Ansagen machen. Die NBW wollte Schmiedls Vorstoß indessen nicht kommentieren. Die grünen Fraktionschefin im Bundestag, Renate Künast, hat den neuen Verkehrsminister Winfried Herrmann für dessen Aussagen zu Stuttgart 21 kritisiert. Dieser hatte vergangene Woche angekündigt, im Falle des Baus von S21 die Verantwortung für das Bahnprojekt in ein anderes Ressort abgeben zu wollen. Gegenüber dem SWR sagte Künast, man könne sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Sie gehe aber ohnehin davon aus, dass das Projekt nicht gebaut werde. Der Stresstest werde zeigen, dass S21 unsinnig sei. SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedl hält die Debatte indessen für verfrüht. Jegliche Ansagen zu S21 seien reine Mutmaßung. Der neue grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte am Donnerstag erklärt, es sei durchaus vorstellbar, dass S21 im Fall des Baus in ein anderes Ressort wechselt. Dennoch sei das derzeit reine Spekulation. Die Bundes-FDP will wieder auf Angriff schalten. Mit der Wahl von Philipp Rösler zum Bundeschef wollen die Liberale nach sinkenden Umfragewerten und der Wahlschlappe in Baden-Württemberg den personellen Neuanfang einleiten. Wir haben uns telefonisch mit dem Reutlinger Bundestagsabgeordneten Pascal Kober unterhalten. Ein Signal des Aufbruchs, so nennt der neue FDP-Bundeschef Philipp Rösler den Ausgang des dreitägigen Bundesparteitags in Rostock. Die FDP ist seit der Bundestagswahl 2009 eine Baustelle. Die Umfragewerte sinken, das Wählervertrauen ist weg. Dann die Wahlschlappe in Baden-Württemberg. Jetzt will die FDP mit personeller Neuordnung wieder liefern. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Pascal Kober steht hinter der Entscheidung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich schätze Philipp Rösler sehr. Er ist jemand, der, ich glaube, geeignet ist, die FDP aus dieser schwierigen Lage wieder herauszuführen. Eine härtere Gangart innerhalb der schwarz-gelben Koalition will der eher ruhige Rösler einschlagen, eigene Ziele der Partei endlich umsetzen. Nicht durch laute Rufe in den Blätterwald hinein, in die Medienlandschaft hinein, sondern durch verbindliche Hintergrundgespräche mit einzelnen Personen. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass es ihm gelingen wird, mit der Union dann auch entsprechende Kompromisse zu finden. Und damit endet nach zehn Jahren die Ära Westerwelle, der den Liberalen viele Erfolge beschert hat, aber zuletzt wohl unter anderem an der Vertrauenskrise schuld war. Die Westerwelle gehört weiterhin zum Team der FDP, aber neben ihm auch andere. Und die Führung liegt jetzt in der Hand einer neuen Person. Landeschefin Birgit Homburger bleibt laut Kober als Vizefraktionschefin im Bundestag weiterhin in einer bedeutenden Position. EU-Energiekommissar Günther Oettinger, CDU, rät von einer Atom-Endlagersuche in Baden-Württemberg ab. Die Gesteinsformationen im Land seien dafür schlichtweg nicht geeignet. Wichtiger sei, dass die Erkundung des Gorlebner Salzstocks schnell vorankomme. Auch sei der Begriff Endlager irreführend. Der Atommüll solle vielmehr rückholbar gelagert werden. Zuvor hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann Grüne erklärt, die Suche nach einem Endlager auch im Land auszudehnen. Voraussetzung dafür sei aber der endgültige Atomausstieg. Die regionale Wirtschaft läuft derzeit auf Hochtouren. Die steigende Inlands- und Auslandsnachfrage beschert den Unternehmen in der Region Stuttgart wachsende Umsätze und volle Auftragsbücher. Das bestätigt eine aktuelle Konjunkturumfrage der IHK Stuttgart. Auch die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate seien überwiegend optimistisch. Davon profitiert vor allem der Arbeitsmarkt. Rund ein Drittel der Betriebe will zeitnah neues Personal einstellen. Wie die NBW mitteilt, ist der Atommeiler Philipsburg 2 am Wochenende vom Netz gegangen. Der Grund ist die planmäßige Jahresrevision, in der Brennelemente ausgetauscht und Prüfungen durchgeführt werden. Zudem sollen umfassende Modernisierungsmaßnahmen fortgesetzt werden. Nach dem AKW-Moratorium geht damit der dritte von vier NBW-Meilern vom Netz. Im Sommer könnte es dadurch zu Stromausfällen kommen, so Konzernchef Willis. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.